Nimm die starke Hand. Ach du Scheiße, wie sieht das denn aus? LOL Vor allem mit dieser eklige Finger da vorne, der Einzelne mit dir. Yo, willkommen zu S4, ja? Mit dem TV-Tor und dem GLB. Ich hab Hunger. Und ich hatte kurz vor der Aufnahme Peter gebeten, mich doch mal wieder zu rasieren, denn wir haben keine Wolle mehr. Kommst du mal her, hast ne Schere für mich, Heiko? Äh, Heiko, Ted. Hast du ne richtig gute Schere für mich? Ich guck mal, hier ist keine drin, musst du eben eine machen. Da brauch ich glaube ich zwei Eisen für, ne? Iron. Sorry. Ja, ne Kuh, ne Kuh. Ah, ich hab eine gefunden. Hast du das Kühe, oder was? Ja, aber ich kann sie nicht mitnehmen mit dem Item. Mit dem Block-Ruber nicht? Das war ja was anderes, ne? Ja. Was ihr da hattet. Ja toll, ich hab ne Kuh, aber kannst du nicht mitnehmen. Entity-Mover, Manuel. Ein Entity, ja toll. Entity. Warte, ich rasiere dich mal, Ted. Komm mal her, komm mal. Ja. Alter, das ist falsch. Voll der Cheat eigentlich. Ja, ne? Bist du das? Muss ich mich dafür verwandeln? Mist, du hast das Schafgehen nicht mehr. Ne? Verwandle dich nochmal. Vielleicht ist das auch wegen der Fledermaus. Glaube ich aber nicht. Vielleicht hab auch das Spinnengehen nicht mehr. Oh nein. Wahrscheinlich, weil ich gestorben bin letztes Mal, meine ich. Stimmt. Soll ich dich töten? Warum? Vielleicht ist das dann weg. Vielleicht kannst du mich rasieren? Alter, können die mal erwachsen werden? Scheiß Kühe. Rasieren wir den Manu. Kannst den Manu rasieren? Ne, ne. Ich glaub, irgendwie, dass es weg kann das sein. Ja. Durch Update oder so? Ne, ne, nicht durch Update. Einfach durch, ähm, durch deinen Tod. Ne, kann ich nicht. Und die hat alles zerstört worden. Warum war denn da keine Energie, Mann? Ja, jetzt haben wir leider gar keine Wolle mehr, weil ich grad alles verarbeitet hab. Hm, das ist aber blöd. Ja, aber ich hab daraus 63 so Heavy Aluminum Wires gebaut mal. Die auch hier überall drin sind. Ist das gut? Ja, da geht nicht so viel verloren, ne? Und die verpacken, glaub ich, mehr. Wollen wir hier noch ein bisschen mehr bauen, so? Ne, dann so, ne, halt so. Und so. Stehst du so? Ach, lol. Weißt du, warum da kein Strom hinten in der Ecke ist? Hm? Weil das nur zu dem Circuit Fabricator geht hier, das Kabel. Und hört dann hier auf. Kannst du das Kabel einmal rüberlegen hier? Ja, ich geh jetzt eh da unten rein. Ich müsste nur mal einen neuen Grindr bauen. Ja, Manuel. Der Creeper hat sich gesprengt, weil du zu nah dran warst, oder was? Ne, weil der Skelett dich gesehen hat. Ja. Noch mehr. Haben wir denn Bücher? Äh, ich habe, glaub ich, Leder. Sugar Cane Farm. Nur Zucker fehlt. Können wir auch mal bauen. Bauen wir auch eine Planter und einen Harvester, Peter. Machine Frames haben wir. Sugar Frames haben wir nicht. Sugar, dö, 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 dö. Sugar Frames haben wir auch nicht. Ah, ha, 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 ha. Aber ohne Books kann ich nichts bauen. Ich hab zwei Bücher. Gib mir, ich brauch zwei. Genau. Ja, brauch ich? Git, 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 git. Ja? Ja, ich brauch zwei Bücher. Really? Really? Voila. Oh, Mist, hier ist auch immer so... Wissen Sie, ich bin bei den Kühen. Ja, warte. Ich brauch immer das andere Zeug, weil ich ja zwei davon. Ja, du despawn jetzt gleich. Jetzt gleich. Ah, da hab ich auch einen. Wie, hast du einfach da hingeschmissen, wenn du spaßt? Ja. Ja, okay, cool. Ja. Ja, zehn Minuten ist gediespawned. Hups. Ja, genau. Hups. Iron 2. Iron 2. Dann brauch ich noch Tin. Tin brauch ich acht. Boah, diese nervige Verkabelung hier. Ja, noch mehr. Man kann als Federmaus einfach überall durchfliegen. Das ist schön, ne? Hier haben wir unser kleines. Ja. Ja. Haben wir noch Plastik-Sheets? Plastik-Sheets. Ja. Haben wir noch? Eis. Plastik-Sheets haben wir. Und dann brauchen wir noch ein Inverse-Word. Wir wollen noch ein Stick. Stick. Ja, zumindest kann man sich jetzt hier mal die Items bestellen. Heiko hat unten... Ach, Mist, war schon. Hat unten eine Anlage mal ein bisschen ausgebaut, damit auch einiges passt. Eigentlich ganz gut, was der da gemacht hat, der Heiko. Die hat die Furze. Die dumme Furze. Necromanty. Hast du das Kabel da unten hingelegt? Ne, noch nicht. Oh, ich hab die zwei Bücher. Woher hab ich die? Ja. Woher nur? Oh. Woher nur? Express-Lieferung. Ich bin Amazon Prime. Ja. Ach so. Oh, Night Express. Aber die sind manchmal genauso schnell wie sonst auch. Ja. Holst Amazon Prime und auf einmal sind die genauso schnell wie Amazon normal. Ja, blöd, ne? Jetzt muss ich das Ding hier neu bauen, ey, weil das nicht lief. Ich brauchte ein neues Ladekabel für mein Telefon, ne? Ja. Dann hab ich gedacht, ja, holst du den bei Saturn eins oder guckst du mal bei Amazon, da hatten die das für 1,58 inklusive kostenloser Lieferung. Boah, das lohnt sich doch gar nicht. Ich hab auch so gedacht, hä, wie geht das denn? Warum? Wollt ihr das nicht wegschmeißen oder was? Ja, genau, musst du ja. Ja, musst. Wer musste dafür bloß sterben, für dieses Kabel? Ist halt für iPhone 4, ne? Ist ja auch jetzt nicht mehr so aktuell, sag ich mal. Vielleicht deshalb auch, dass die irgendwie nur Platz schaffen wollen im Lager und hauen halt einfach raus. Da haben die davon ja 1200.000. Ja, eben, kann ja sein. Liegt das Kabel unten dran jetzt? Nein. Ich grab gerade den anderen Kabelkanal hier zu dem Dingens hin. Jetzt bin ich nämlich fast da. Jetzt mach ich auch bis zu Ende noch. So. Da war schon mal ein Creeper. Jetzt kommen wir hier. Oh, fuck. Hey, hör auf mich zu schlagen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Gut, Manuel. Ne, ne. Hey, ich schwimm über dir. Ich war's nicht. Ne, ne, du war's. Oh, geil. Da waren Karotten im Rucksack. Ja. Und die ganze Zeit quatscht. Der verfickte Dorfbewohner hier, ne? Oh, ja, oh, oh. Ah. Ah. Titi. Titi. Okay, wir dürfen nicht in Sichtfeld kommen von einem Creeper. Was hat die Fresse, du Uwisch? Peter, gib mir doch mal den, äh, Entity Mover. Den hat der Ted. Warte, ich muss erst mal hier irgendwo rausfinden, will er. Hier, Peter, nimm. Wo bin ich denn hier? Ach, hier. Was denn? Oh, der Blocken-Uwea. Warte, ich bin sofort da. Ich schwimm mal den coolen Setz. Ja, ich muss erst mal hier rausfinden, ey. Der redet von Gangbang. Ja. Du sagst immer Gangbang. Gangbang? So, wo bist du? Gangbang. Gangbang-Style. Da hab ich dir hingeschmissen. Hab ich dir hingekackt. Soll ich das Kabel mal unter ihr, ist schöner, ne? Ja. Oder? So, na. Das ist ja schon ein bisschen schöner. Ich glaub, wenn der Grinder einen wegsteht, geht der auch noch, mein ich, ne? Ich glaube schon. Der muss nicht genau davor stehen. Warte mal. Boah, geht dem auf den Sack, ey. Ich geh gleich noch und töte den. Ich hab dieselbe Kuh gefunden. Die gerade eben. Nein. Die ist noch da. Really? Das ist, das ist ja lieb von der. Ja. Das ist ja lieb. Nicht abgehauen. Fluidaktion. Die Wollte dahin. Die Wollte stören. Ich glaub, hier muss gar kein Fluidaktion, äh, kein Servo rein, ne? Bei Flüssigkeiten? Egal. Jetzt ist er da drin. Item duct. Item duct. Item duct easy. Warte mal, dann komm ich mal zu dir und dann brauch ich mal ein paar Kabel, wenn's geht. Ja, warte, ich erledige das gleich. Ich zieh jetzt ein Kabel hier noch eben. Boah, wie, Alter, wie viele Spinnen hier unten in dieser Höhle sind, ne? Ja, ich weiß. Wie geil, bitte, ey. Äh, aber das ist eigentlich die Richtige. Oh, ich seh grad, hier ist Lava an der Stelle. Kann ich da nicht einfach so ein Stromding direkt dran machen? So ein Magnetic Engine? Ja, genau. Ich glaub nicht. Okay. Nicht denn hier. Warte mal, ich komm eben zu dir rüber. Hier, ich geb dir mal ein paar Kabel. Wär auf jeden Fall besser, weil dann wär das nicht so weit. Ich hab dir in die Mitte die Luke runtergeschmissen. Lol. Okay, warte. Ah, hier. Dann nehm ich mal so ein Magnetic Dynamo mit. Junge. Ich weiß nicht, egal, ob der da Strom macht oder da. Aber dann brauchst du noch irgendwas, was die Magma da reinfüllt, ne? Ja, da ist ne, da ist ne, ne, ne Leitung. Ah, ja, klar, klar, das müsste gehen, ne? Das sollte gehen, Junge. Dachte ich auch. Ach, Leute, die Bäume hier erinnern mich immer an Secret of Mana. Kann ich den mit einer Pickaxe abbauen, oder wie? Ja. Okay. An Secret of Mana? Ja. Warum? Bunte Bäume. Ach so, bunte Bäume. Boah, dieser Dorfbewohner, ne? Ach, hier geht ein Kabel hoch. Jetzt hab ich das auch verstanden. So, hat der jetzt Strom? Aber er hat noch keinen Strom. Warum hat er keinen Strom? Hier ist ein Haus. Hä? Hier ist ein Hexenhaus wahrscheinlich. Hier ist ein Haus. Wer hat Strom und den? Bullshit hier. Ach so, er hat Strom. So, wie machen wir es denn mal hier? Oh, Mist, wie dreh ich das Ding denn? Brauche ich wahrscheinlich Schraubenschlüsse für, ne? Brauch doch nochmal ab und stell wieder hin. Geht das? Ja. Das geht wohl, ne? Oh, drei Äpfel und drei Fische. Drei Äpfel und ne Bier, ne? Äh. Ich mach das mal so dran. Pass auf, pass auf jetzt, Leute. Passt auf. Jetzt kommt das. Jetzt kommt das. Ja, uh. Sauber. Energie geht. Das ist wohl nur noch ein Item dukt. Boah, voll ätzend, ey. So, der Breeder. Oh. Cool. Du musst mir dann mal gucken, weil du... Oh, was war das? Äh. Machen wir mal, was passiert? Hexenhand. Ah. Bliss Grove. Ja, das war ne Hexe. 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 Hexe oder was? Ich hab mit der geredet und ich hab's einfach dann getötet, weil sie nichts gemacht hat. Du hast die getötet oder andersrum? Ja, klar. Krass. So, mit sehr... Ich hab jetzt aber auch ne krasse Hand. Zeig's dir gleich. Nimm die starke Hand. Okay, die sind alle gefüttet. Ah ja, hier oben her. So, jetzt passiert dann auch nicht mehr, dass das Ding kein Strom mehr hat, ey. So ne Scheiße. Nicht immer so aggro. Echt, Peter. Du musst mal ein bisschen deine Aggression in den Griff. Ja. Ja. Ah, jetzt hab ich mein Werkzeug vergessen. So ne Scheiße. Da, schon wieder. Schon wieder. Da, schon wieder der Choleriker, ey. Der Choleriker. Easy. Crease and Hammer. Now. Oh, fuck. Crease and Hammer. Now. Out now. In a world. In a world, where everything is upside down. Hupfer verhindert. Upside down. And I ran and then upside down. Ja, Mobbisens. So, meine Kuh, ich komm wieder, aber ich hab leider keine Fuhne mitgebracht. Keine Kuh mitgebracht? Nee. Ich hab noch nicht die gefunden. Aber da war noch eine. Was? Du kannst die gar nicht füttern. Das geht jetzt automatisiert übrigens auch hier. Nein. Doch. Wie viel Scheiße hier drin ist, ey. Automatisierte Fütterung der Kühe. Ja, guck, ja, guck doch mal, wie viele kleine da drin sind. Oh, warte, ich komm. Da sind jetzt sieben kleine drin. Hey, aber warum haben wir nur noch so wenig Weizen? Wow. Ich hab den hier reingelegt komplett. Hier schon in den Breeder. Ach so. Wir können da drüber ja so ein Weizenfeld machen, dann haben wir so einen geilen Futtertower. Warum haben die Kühe eine Glocke? Schlachtung. War das meine? Nee. Nimm der Peter erstmal direkt weg. Ja. Peter? Da muss er auch ans Haupthaus, Mann. Das ist die Notschelle, wenn die Kühe einen medizinischen Notfall haben, Peter. Das ist das Item. Lol. Nimm die starke Hand. Ach du Scheiße, sieht das denn aus. Lol. Vor allem mit dieser eklige Finger da vorne, der Einzelne, mit dem gelben Nagel. Guck mal, bah ey. Zieh mal an, Manu, ich will mal sehen, wie das bei dir aussieht. Bah. Ist schon fies, oder? Ach, mit dem Mod Vichery, ne? Da kannst du sowas wie den, wie war das bei Harry Potter? Diese Hockruts? Was, echt? Dass du quasi ganz viele machen kannst, verstecken kannst und du erst sterben kannst, wenn die alle gefunden sind und vernichtet worden sind. Was? Lol, ey. Das kannst du mit Rituary machen. Wieso fehlt hier ein Glas an der Ecke? Wird das kaputt geschlagen? Das war Peter gerade. Naja, du mit deiner Zauberhand. Du guckst doch noch dahin. Ja. Du Spacko. Das war Peter gerade. Wir brauchen noch den Meatpacker. Ah ja, Meatpacker. Ich bin der Meatpacker. Such gerade was. Meatpacker? Wie heißt das denn? Peter, wie heißt das denn, was man sich da craften kann? Warte. Den Horcrux. Ich weiß nicht, wie das heißt, aber es gibt wohl einen Vichery drin. Das ist so ein super krasser Megamod. Und zwar ohne Megaman. Ähm, ich würde aber sagen... Was? Wir machen hier mal einen Cut. Gib der folgende einen Daumen hoch. Und bis zum nächsten Part vom S4 zusammen. Tschüss. 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 Ah. Geht's nicht? Pflicht, Manuel. So geht das. So geht das, Peter. Ich schaff das. Warte, jetzt werden die getötet.